Wie wollen wir wirtschaften? Was bedeutet wirtschaften für dich? Wo findet überhaupt wirtschaften statt? Für wen arbeitet die wirtschaft eigentlich? Ist die wirtschaft für die menschen da? Wirtschaften auch Väter? Und Eltern wirtschaften die auch? Wirtschaft findet nicht nur in Unternehmen statt. Wirtschaft ist das, was wir Menschen daraus machen. Wie also soll die Wirtschaft in Zukunft ausschauen? Diese Frage stellen wir uns bei unserem Symposium Gesellschaft im Wandel der Zeit. Wie wollen wir wirtschaften? Mit Expertinnen und mit Ihnen diskutieren wir über die Zukunft der Wirtschaft. Diskutieren Sie mit! Hier in Basail vom 9. bis 11. September.